ok also unser weg ist jetzt im prinzip eigentlich klar wir müssen das rohr hier hoch auf dem schon lydia ist ja super lydia kommen wir runter von dem rohr und wo ist da lasst mich mal vor mädels so bin ich ja mal gespannt was jetzt hier erwartet da vorne ist eine tür die automatisch auf und zu geht so mädels kommt ihr zu mir bitte ich werde euch da sehr verbunden katria hat schon mal geschafft nebenan lydia wird es auch gleich schaffen geht also nach innen auf lydia komm doch einfach zu mir wie wärs wenn du einfach da mal runter springst einfach mal runter springen komm na komm sei kein forsch na ok sie wird sie wird sich mir schon wieder anschließen irgendwann wird sie den weg ja wohl finden vielleicht auch nicht aber bevor ich da durchgehe wird auf jeden fall noch mal kurz gespeichert man wird gewartet bis die tür wieder aufgeht weil lydia da hinten immer noch rum gammelt ich bin ja mal schwerst gespannt ok ruhig mal den oder vielleicht habe ich auch drauf ok du bleibst oben ne so lydia so bleibst du jetzt auch oben sieht im moment mal so aus ok das ist gut damit kann ich mich anfreunden und wir haben im prinzip keine möglichkeit außer hier durch hm ok die haben wir noch nicht getroffen ich hätte deswegen keine lydia dabei aber nun gut fall mal mal schauen ob die hart sind oder ok auf etwas sind sie mal zu zweit wap oah woll sehr schön also die sind schon etwas härter habe ich so den den eindruck und ja sind aber zumindest zweitmal machbar fall mal ohr mhm oh ist eine Zutat nehme ich dann doch mal mit schwaches gift fall mal kriegsach lass mal mal hier liegen so jetzt gehen wir doch mal kurz nach lydia gucken die wohl immer noch oben auf dem rohr hängt was mir sehr missfällt muss ich ja schon sagen lydia würdest du mir jawohl sehr schön so jetzt können wir nämlich wieder zu dritt durch die lande ziehen beziehungsweise durch diese uralte anlage hier ich glaube es könnte eine festung obwohl für eine festung hm ne ich glaube festung war es keine so wir haben noch beide dabei sind immer noch ein bisschen angeschlagen aber schauen uns mal etwas weiter um so da hat es okay da hat es noch ein fall mal sehe ich gerade hier oben hat es keinen weiteren so okay da drüben geht es weiter da ist unser weg nach drüben da vorne hat es noch ein fall mal zählt oder sowas da war doch gerade eben noch ein fall mal da dieser ja und hat er uns gesehen noch nicht hey fall mal okay ich habe jetzt das gefühl ich sollte hier etwas öfter speichern deswegen werde ich gleich mal dieses eine spiel überschreiben und dann werden wir mal schauen ob dieser fall mal alleine ist beziehungsweise ob er einen bogen dabei hat schwer bis auf 38 sehr schön so fall mal du hast dabei orkische pfeile fall mal pfeile ein fall mal schwert ist jetzt nicht so toll eisenerz nimm mal mit das fall mal gold oh schwaches gift des langen leidens naja fall mal bogen oh das ist bisher der beste bogen den wir gesehen haben aber da wir ihn ja nicht benutzen oh Moment kann ich den lydia geben oh lydia ich möchte einige dinge mit euch tauschen indem du den fall mal bogen nimmst so genau so bin ich jetzt mal gespannt ob sie den auch wirklich benutzt sagen wir mal hier noch ein fall mal was soll man denn hier drin eine truhe mit gold zauberdruck der ausdauer eisenpanzer handschuh brauchen wir nicht so skatria jetzt stehst du mir im weg och leute lernt das doch wenn ihr mir im weg steht macht es das nicht besser was ist das ach so ich könnte noch mit ihr reden und zwar wie bist du eigentlich gestorben ich fiel als das erdbeben kam der boden öffnete sich unter mir und trotzdem hätte ich es fast geschafft es fehlten nur ein zwei fußlängen dann wäre ich ins wasser gefallen aber es war nichts zu machen tja das ist schade und gibt es denn irgendwelche gefahren vor denen ich wissen sollte weil du warst ja schon mal da oben nun da sind zunächst die fallmeer tödliche stromschnellen starke erdbeben tiefe abgründe instabile böden tödliche stürze und dann kommt die eigentliche gefahr darüber werden wir reden wenn es soweit ist wenn es je dazu kommt es sah hier nicht immer so aus es war die besterhaltene zwergenstadt die ich je gesehen habe und dann kam das erdbeben jetzt kann man sich glücklich schätzen wenn man einen intakten raum findet ok gut wir werden sehen ob wir einen intakten raum finden oder vielleicht auch zwei drei jetzt versperren sie beide die tür ja super wir zwei mann geht doch mal von der tür weg das finde ich persönlich jetzt eigentlich echt schwach weil bin immer noch da ja natürlich würde ich ja gerne ich würde gerne vorangehen aber ich kann ja nicht springen hilft da auch nicht weiter es müsste im Befehl geben geh doch mal aus dem weg oder so hm ich bin jetzt gerade überlegen ob ich vielleicht mit dem ähm mit dem ähm wirbelwindssprint da durchkomme wahrscheinlich nicht aber versuch's mal ja fast er hat es fast geschafft vorsichtig so jetzt sind wir schon mal wieder draußen halt da wollte ich doch hin weil wieder den schrei unerbittig macht wieder scharf machen hier dann schau mal da geht's also auf jeden Fall nach oben ich könnte aber eigentlich auch erst mal nach unten gucken obwohl es scheint da nicht wirklich rüber zu gehen ne ich könnte zwar da runter springen aber dann komme ich ja auf die andere Seite ich würde sagen wir gehen erst mal weiter nach oben denn da wollen wir ja eigentlich hin oh was haben wir hier Schimmerpilze nehme ich mit jetzt hoffe ich mal dass bei dem Beben nicht die Brücke einstürzt ähm was geht los ähm okay da oben sind bestimmt wieder Fallma zwei Stück naja das war natürlich nicht so toll also die Fallma haben wir ganz schön rein okay den haben wir der ist noch da okay der hat wieder seine Zwergenpfeile dabei Fallma Pfeile das Eisenerz die zwei Ohren das Gold und den Bogen und den Bogen gebe ich gebe ich wieder Lydia ich stehe zu eurer Verfügung das möchte ich auch schon hoffen denn ich gebe dir gleich mal den Fallma Bogen und die ganzen Fallma Pfeile den Abgeschwuntenpfeil und die ganzen Eisenpfeile gebe ich dir auch noch weil ich brauche die ja nicht die Stahlpfeile kann ich dir auch geben und vielleicht auch die Zwergenpfeile so hatten wir denn da drin irgendwas möglichst nah an der Tür zu bleiben Gold zack und fertig und dann können wir nämlich hier wieder raus so jetzt da oben haben wir dann auf jeden Fall mehrere Fallma äh also zwei Stück um genau zu sein aber jetzt bin ich mal gespannt ob die zwei wieder irgendwas machen also vorhin es angehört als ob sie mit dem Pog geschossen hätten oder okay Fallma Ohr und Gold das war das wohl vorhin wo sie da geschossen haben und ich würde gleich nochmal speichern wieder auf die 109 die es dann wahrscheinlich die Nummer 110 bekommt und dann bin ich mal gespannt ob wir diese zwei Fallma jetzt dann besiegen können stehen wir nicht im Weg Achtung so der ist mal tot okay haben wir jetzt nur einen rausgelockt nehmen wir gleich mal die Zwergenfeile das Wort ist Gold und den Rest lassen bei ihm jetzt kann ich ja wieder ein bisschen nach vorne gehen wo ist denn ist der zweite oder kommt der jetzt ach der ist da drüben Mädels ich habe ein Ziel für euch so okay da haben wir die zweimal geschafft finde ich gut und dann können wir jetzt ja mal weiter gehen in Richtung nach oben beziehungsweise nach da drüben gucken wir doch ob es hier noch irgendwas gibt aber es sieht nicht so aus keine Tore kein gar nichts